Morgen Leute! Moinsen! Oh mein Gott! Sie ist auch mal wieder dabei! Ja! Hilfe! Und auf geht's wieder ins... Tova! Bin auch da! Ah ne, der auch noch! Ja! Hilfe! Hilfe! Ich hab gesagt, ich werde mal alleine. Ohne mich geht nichts. Und dann höre ich schon treu. Und erst mal rein hier und für euch das Intro und dann sehen wir uns drinnen wieder. Ja, Achterbahn fahren! Yippee! Musik Fun und Freizeit Winnie on Tour. Ja, ich bin drin! Ganz tief! Das war ja einfach. Und dann hat er sich noch einen gerubbelt und einen blasen lassen. Ja, ja. Musste halt auch mal aufs Klo. Ja, das ist ja hier ganz komisch. Man muss da irgendwie den Wasser ganz komisch anfassen, damit Wasser loskommt. Ja, zärtlich streicheln. Das Rohr. Das war dann jetzt eine Ansage für die Leute ab 18 oder wie war das? Äh, nee. Für die, die Kopfkino haben. Ja, genau. Also für deinen Sohn. Da hinten. Der kriegt nichts mit. Besser als manchmal. Bestimmt vielleicht. Ja, und jetzt sind wir drin, wie schon gesagt. Jetzt gucken wir mal, was wir fahren können. Und dann melden wir uns wieder. Rafting is my Ding! Nein, mein. Oder unser. Okay. Ja Leute, auf geht's! Direkt nach Phoenix! 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 Feuervogel! Oh Gott, hier habe ich so einen Vogel neben mir. Auf der anderen Seite schwecken, da ist der Vogel. Ach, hier ist auch noch einer. Hi. Oh, der futtert auch schön, damit er gleich bläh machen kann auf der Bahn. Behalte es drinnen nicht jetzt schon raus. Ja, und dann sehen wir uns nach der Fahrt wieder. Viel Spaß! So werden Insta-Fotos gemacht. Ein fliegender Christian. Ja, dann müssen wir das jetzt ja sein. Dann bauen wir unser Haus gerade im Bau. Und so was gebe ich ja. Oh, der Haus kommt einfach so. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ja, naja. No, nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Io, da. Ich bin leid, dass du noch nicht zu? Laufe das du bist, ist. Ich bin leid, dass du wieder aufs Tor von der Nähe, wenn ich meine Stacke an den Kmin haben darf. Das ist interessant. Und jetzt bin ich. Und jetzt bin ich gesagt, Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja Leute, von Phoenix, dem Feuervogel, geht es jetzt direkt ab auf das absolut ultimum. Merlins Quest! Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Öb das G jongerend些о werden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020